Was mir am meisten abgeht, seitdem ich nicht mehr Skispringen tue, ist das Brechen von Rekorden. Aber, ich hab da schon eine Idee. Ich werde ein World Record im Blackstone Slime anbrechen. Was brauchst du für einen offiziellen Guinness World Record? Viel Weizenstärke, eine große Kurve. Viel Wasser, viel Schleim, viel Leid. Einen Guinness World Record, Schatz, brauchen wir natürlich auch. Ob das gut geht, wurscht, gehen wir's an. So, und jetzt gehen wir's aber richtigen an. Das ist ein offiziellen Guinness World Record attempt für die größte Slime. Ja!